halli hallo grinders gaming hier nächste aufnahme session coral island wie man sieht auch schon aufgenommen in der neuen wohnung ich habe immer noch ein bisschen hall im hintergrund das hört man wahrscheinlich übers mikro weil ja ich habe zu wenig möbelierung für meine räumlichkeiten bis jetzt deswegen habe ich ein bisschen hall drauf ich hoffe das stört nicht allzu stark wir werden wieder ein stündchen aufnehmen ich werde daraus wieder mehrere folgen schnippeln das ist dann mittler das ist ja dann schon folge eins logischerweise wir gucken mal was das neues gibt ich habe gerade noch eine quest bekommen und wir haben auch schon wieder post grine knabe ich bin jetzt sozusagen im bauch des wahls ich habe den geburtstag von an vergessen und muss das schnell beheben leider erlauben es mir meine täglichen aktivitäten nicht selbst danach zu suchen daher brauche ich ihre hilfe um einen grünen tee für mich zu finden einer ist in ordnung wenn sie es finden können bin ich ihnen etwas schuldig bitte suchen sie so schnell wie möglich danach vielen dank von paul ok paul jetzt haben wir noch eine neue quest interessant müssen meine quest angucken hier grünen tee an paul befreie den erdriesen erkunde das erdhorn finden einen weg den erdriesen zu befreien verfolgen wir mal wollte immer wieder in die mine hüpfen das trifft sich ja dann ganz gut unsere felder sind ja oder unser großes feld bewässert sich ja jetzt von alleine da haben wir noch ordentlich zugelegt letztes mal mit springklern produziert honig das ist fettig das kommt hier ins kistle ups was war denn das tue in das globale globale inventar aufnehmen ja oder nein ja ich lasse mal das ja drin ich weiß nicht ob das davor drin war oder nicht wenn nicht habe ich mir jetzt hier irgendwas kaputt gemacht nee hier ist auch ein haken dran okay da ist wohl ein haken an der sache entschuldigung so nehmen wir mal die ganzen eierchen mit hier und streicheln unsere hühnchen so denn werden wir richtung mine gehen ja hätte ich gesagt so achso ich muss die eier in die hand nehmen sonst wird das nix so der leh futter war noch drin zeit das habe ich das ding wieder weg gemacht zack das muss drin bleiben gut so die mayo verkaufen war wir haben gut kohle müssen überlegen was wir mit unserer kohle machen ja wird sich zeigen sieben artikel versendet ach interessant genau das wollte ich glaube ich noch ins museum bringen ich bin mir aber nicht ganz sicher doch nie das eine ist so ein tempel das andere museum joa was ist denn das da für eine wurzel das sieht bisschen komisch aus unser bäumchen müssen wir noch gießen hier das einzige bäumchen das überlebt hat ist doch schön immerhin etwas gut ja honig läuft bei den tieren waren wir dann gehen wir zum museum ich habe den schnellreisepunkt jetzt plötzlich warum auch immer den hatte ich letztes mal definitiv noch nicht freigeschalten achso wir haben die 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 diese pickstarter kampagne abgeschlossen im museum ne vielleicht deswegen das sieht ja jetzt fancy aus hier so seepferdchen eh rein damit belohnung her damit drachenfrucht setzling schön was krabbeln da rum ist die spinne oder schnell weg ich mag spinnen nicht ein new exhibit faunus hall ach guck mal an ja die haben halt echt umgebaut hier ne jetzt gehen wir mal gucken beim seetempel wo wir da diesen krebs abgeben müssen ich weiß es nicht ozeanbeut vielleicht nee nö 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 äh salzwasser fisch auch hier ozeantierchen zack job dann fertig da gehen wir jetzt in die mine gucken wir uns die geschichte mal an waldhöhle wir können mittlerweile überall hin schnell reisen das finde ich eigentlich ziemlich ziemlich nice dass wir das können so erdhöhle war das nicht die erste das ist doch erd er kunde das erdtor und findet einen weg den erdriesen zu befreien ist das das ding ganz unten oder was ich bin verwirrt ja das hatten wir schon mal ich bin immer noch verwirrt das hier vielleicht oder ach das war früher rot jetzt ist das ding grün prüfen ah ja das hat mir auch irgendjemand in die kommentare geschrieben dass ich hier noch mal gucken gehen sollte jetzt habe ich sogar eine quest dafür bekommen ist doch cool läuft was macht das ding jetzt die kenne ich doch der häuptling menschlein erfolg haben ja glaub schon so bissl fluch machen riesen zu steinen menschlein muss fernhalten aufgeregt ich bin andere riesen sehen wo ist der andere riese ich bin schon gespannt darauf auf sie zu treffen fluch wo ist der andere riese ah riese später kommen oben erdriese ist komm menschlein sehen wird okay was auch immer ich jetzt hier für kräfte auf die menschheit losgelassen habe tut mir sehr leid ja gehen wir halt mal nach oben und schauen uns die geschichte an eingang wahrscheinlich ja cool und jetzt kom kom eine statu fehlt nicht verschwunden ist menschlein frei ist krok jetzt ach das den durino haben wir jetzt damit befreit oder wie aber wo ist krok hier ist er nicht ja frage ich mich auch chieftain also häuptling häuptling oh da ist krok nice ja hallöchen ah das ist ein menschlein ne da ist ein menschlein moment mal menschlein kann krok sehen ja aber das netz sein menschlein befreien krok weil dieser menschlein menschlein dieser krok erdriese geile vorstellung komm komm menschlein ich krok danke für befreiung von krok krok ist für mich was anderes aber lassen wir so stehen andere riese noch immer stein wieder fluch es sein muss aber wo feuerriese ja stimmt da stehen nur drei ich habe vier toren menschlein müssen andere riesen befreien warten werden krok und ich im dorf komm komm menschlein kichef so befreie den wasserriesen ja das ist dann wohl die nächste aufgabe abgeschlossen belohnung einfordern so hilft voll verstanderte riese 2 dem wasserriesen genau wir werden das mal anheften ups anheften so ja da hüpfen wir jetzt eh rein hätte ich gesagt in Wasserschacht ne hätte ich gesagt in Wasserschacht sprüche werden auch immer wieder döfer hier ne ist ja ganz normal ist alles beim alten geblieben außer die wohnung die ist neu ok hätten wir schon fast gedacht warum steht denn hier eigentlich eine kiste rum ne wäre ja fast zu schön um wahr zu sein so du musst auch mal weichen hier geh mal weg du knilch und da vorne geht es eigentlich schon weiter ich weiß gar nicht warum ich das gerade gemacht habe dezent unnötig obwohl es gibt ja es gibt ja wahrscheinlich ein paar punkte im kampf ne wo sind wir denn hier ploppt auch wieder irgendwas auf riesen ach die kann man auch an da kann man sich auch anfreunden ok cool so wo wollte ich denn jetzt hin ich wollte äh äh hä können habe ich doch gesagt ja Kampf ist ja fast Stufe 3 dann hat es sich ja gelohnt dass ich da gerade ein bisschen reingescheppert habe mit dem Schwert und wieder schön neben den Stein hauen das kann ich auch gut da werden wir hier auch noch schnell rein scheppern und dann gehen wir weiter gucken wir mal dass wir so schnell wie möglich durch diese Minen hier durchkommen benommen genau benimm dich mal du benommener so hinfort mit dir hier hier ist irgendwas gedroppt eine Monsteressenz ok habe ich schon aufgehoben schöne Sache ich hau schon wieder neben den Stein warum auch nicht oh war das das war ja richtig wild war das Speed to win ey ich weiß nicht mehr warum Gott oh Gott oh Gott ey oh perfekt Leiderchen ist freigelegt beziehungsweise Seil Ebene nach unten was haben wir hier ups naja ich ich musste mal gucken ob das Viehzeug mich überhaupt angreift oder ob ich hier umsonst drauf haue der hat ziemlich was ausgehalten jetzt was bist du für ein Viech sieht aus wie ein Totenkopf ist ein Totenkopf schön weg mit dir du Knilch was ist das zähes Fleisch ok nehm ich mit können wir uns vielleicht lecker Steak machen heute Abend ne ne besser nicht besser nicht so dele gucken wir mal was wir hier noch so haben weg mit dir so dele sie